Yo, Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio und damit zur vorletzten Reaction in dieser Saison auf unser letztes Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Wir trennen uns mit Bremen 1 zu 1 und ich denke, wenn man das ganze Spiel und die Chancen betrachtet, dann muss man unterm Strich schon sagen, war der Punkt dann vielleicht sogar doch eher ein bisschen glücklicher für uns als für die Bremer, die teilweise hundertprozentige Chancen nicht verwertet haben, wo wir aber dann gleich nochmal zu kommen. Ja, der FC ist in jedem Fall gut ins Spiel reingekommen, gerade die ersten 5 Minuten gingen voll an den FC, Ballbesitz, gute Ballpassagen, wir haben die Bremer echt gut hinten reingedrückt, wie ich fand, trotzdem wie Fußball dann manchmal so ist, hat Bremen die ersten beiden Chancen in dem Spiel und die waren schon ganz ordentlich, wie ich fand. Einmal Dux, wo Schwäbe eingreifen muss, ein zweites Mal Dux, wo Schwäbe von sich aus unten links parieren muss. Ja, und dann haben wir unterm Strich 5 Eckbälle nach 15 Minuten schon gehabt, was dann zeigt, dass der FC wirklich sehr oft da in Bremens Hälfte und vor dem 16er war. Ja, wir hatten dann noch einen guten Abschuss durch Kainz, den Pavlenka hält, dann noch einen Abschuss von Hector, der dann auch zu einer Ecke führte und dann gab es mal wieder eine Szene, ja, da ging mein Schiedsrichterherz mal wieder hoch, gelbe Karte für Lubitsch, total überzogen wieder meiner Meinung nach, trifft den Ball danach den Spieler, ist aber die erste Szene im Spiel. Da muss man dann direkt eine gelbe Karte geben, habe ich mir wieder gedacht, das ist wieder typisch Bundesliga-Schiris, in der Premier League würden die Schiris in dem Moment noch nicht mehr wissen, wo die gelbe Karte steckt, aber bei uns gibt es dafür direkt die gelbe Karte. Ja, sehr bedenklich, in der Halbzeit 1 war vor allem auch Linden Meiner sehr auffällig, wie ich fand, Mitchell Weiser oder allgemein die rechte Seite der Bremer hatte da schon ordentlich Probleme gegen Linden mit seinen Dribblings, mit seinem Tempo. Also haben wir aber leider einen Ticken zu wenig gemacht aus diesen Möglichkeiten, wie ich fand und um dann mal auf die gelbe von Lubitsch zurückzukommen, der hatte dann noch eine Szene, was dann schon eher ein Foul war als die gelbe, was aber dann Gott sei Dank nicht mit gelb bestraft wurde. Baumgart reagierte da und bringte Thielmann für Lubitsch, bevor es dann eine gelb-rote Karte gegeben hätte. Ich glaube, beim nächsten Foul hätte der Schiri das wahrscheinlich leider auch gemacht, deswegen folgerichtig. Ja, und dann drei Minuten nach diesem Wechsel gehen wir 1-0 in Führung. Florian Kainz mal wieder überragend, einmal mehr mit einer wunderschönen Flanke und einer Vorlage. Ja, und überraschenderweise, ich konnte es auch kaum glauben, macht Steffen Tickes ein Tor und hält endlich mal seine Rübe verdammt nochmal da rein und köpft den Ball auch gut ein, wie ich finde. Ja, und dann war es zu dem Zeitpunkt, wie ich fand, eigentlich eine verdiente 1-0-Führung für den FC, weil wir es für ein Auswärtsspiel eigentlich recht gut gemacht haben. Die 5000 mitgereisten FC-Fans konnte man auch lautstark am TV hören, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, allgemein, Weserstadion ist ja sowieso immer gute Stimmung. Ich glaube, die Kulisse da, die war auf jeden Fall richtig gut. Ja, und dann ging die zweite Hälfte los und ich muss sagen, ab dem Beginn der zweiten Hälfte war es so ein Gegenstück von der ersten Hälfte, nämlich gefühlt nur Bremen am Ball und Bremen hat uns da auch echt unter Druck gesetzt. Ja, und dann muss man sagen, je länger das Spiel wurde, desto besser wurde Bremen auch, wie ich fand. In der 70. Minute gab es dann eine hundertprozentige Chance durch Starge oder Stage, keine Ahnung, wie man den ausspricht, Schwäbe pariert mal wieder Weltklasse. Das muss eigentlich das 1-0 sein. Ich bin auch der Meinung, er schließt auch nicht besonders gut ab. Wenn er den Ball einen Schritt vorher abschließt, hat er auch mehr Platz, sich den Winkel auszugucken, dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, den reinzuschieben. Ja, so hast du einen überragenden Torwart und hast dir selber den Winkel verkürzt. Deswegen war das noch Glück für den FC. In der 73. Minute gab es dann eine riesen Chance von Füllkrug. Per Doppelpass taucht er links im 16er auf, schießt den Ball aufs Tor. Auch hier ist Schwäbe da. Aber ja, und diese beiden riesen Chancen oder hundertprozentigen Chancen waren leider kein Weckruf für den FC. Dann kam der verdiente Ausgleich durch Romano Schmid. Und ich muss sagen, wenn man sich die Chancen vorher anguckt, ohne Disrospekt an die Bremer, aber eine Top-Mannschaft, zum Beispiel nächste Woche Bayern, die würden da wahrscheinlich zwei Tore draus machen aus diesen Chancen. Deswegen haben wir vorher schon Glück gehabt. Dieser Ausgleich, der lag auch irgendwie ein bisschen in der Luft, wie ich fand. Der FC hat dann daraufhin nochmal reagiert, hat Hussein Basic und Schindler via Doppelwechsel eingewechselt. Dann wurde es zum Ende hin auch nochmal besser. Aber wir hatten zwar noch eine Chance durch Selke, wo Chabot verlängert und Selke da im Fünfer so mit Rücklage ein bisschen drüber schießt. Aber ich bin ehrlich, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Also Bremen hat zumindest den Punkt verdient, wenn nicht sogar eher den Win. So ehrlich muss man aus meiner Sicht zumindest sein. Was auf jeden Fall ein Lichtblick in der zweiten Hälfte war für mich, war mal wieder der gut aufspielende Hussein Basic, der einfach für sein Alter wirklich unglaublich beisicher ist. Und wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, war Dimitros Limnius. Man hat endlich gesehen, warum man ihn damals geholt hat. Er bringt Tempo mit, er hat Dribblings, er hat öfters Leute stehen gelassen. Hatte auch noch eine Chance, wo er glaube ich selber nicht so richtig wusste, soll ich jetzt entschlossen aufs Tor gehen und schießen oder soll ich direkt in die Mitte legen? Auch das war ein ungünstiger Winken, um dann noch abzuschließen. Aber wer kann es ihm übel nehmen? Nach so einer langen Verletzungspause muss man da sagen, es ist vollkommen in Ordnung, dass der Junge da noch Fehler macht. Und heute war echt ein gutes Spiel unterm Strich von ihm. In allgemein muss ich sagen, war der Auswärtsauftritt des FCs, wie ich finde, in Ordnung. Zweite Hälfte leider ordentlich schwächer als in der ersten, wie ich fand, über das ganze Spiel gesehen. Aber unterm Strich nehmen wir im letzten Auswärtsspiel nochmal einen Punkt mit. Und ich würde sagen, dieser Punkt ist da auf jeden Fall aus Kölner Sicht für das Punktekonto auf jeden Fall komplett in Ordnung. Und deswegen muss man an dieser Stelle auch noch sagen, Glückwunsch an Werder Bremen zum verdienten Klassenerhalt. Den hätten sie aber auch ohne das Remis geholt, wie ich es auch im Match-Talk-Video gesagt habe. Aber natürlich geht man dann in einem Heimspiel mit der Einstellung rein, dass man das Spiel gewinnen will. Deswegen vollkommen in Ordnung. Ja, und wir haben dann jetzt nächste Woche das emotionale Spiel gegen Bayern, wo wir dann Skiri und Hector und Horn das letzte Mal sehen werden. Wird auf jeden Fall nochmal emotional. Ich bin gespannt, wie ihr das Spiel gesehen habt. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung unten in die Kommentare rein. Seid ihr bei mir, dass ihr sagt, Bremen hätte es vielleicht eher verdient gehabt. Oder sagt ihr, das Remis ist okay und ihr nehmt es mit. Was glaubt ihr, wie endet die Bundesliga am Ende in Sachen internationale Plätze oder Abstieg? Und mit wie vielen Punkten endet der FC? Was glaubt ihr? Schreibt es alles unten in die Kommentare rein. Dann würde ich mich wie immer neben eurer Meinung natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer ich mache wieder. Euer Fabius raus. Haut da rein. Und ciao.